Halli, 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 halli und herzlich willkommen zu 2TT Trouble in Terrorist Town mit Dalu, Chigo, Goro, Grenz, Kondran, Nefi und TauTau. Dalu Minium, wenn ich bitte. Dalu Minium heißt da jetzt? Oh mein Gott. Ist das so der neue Trend? Botza hat es eingefroren. Schade, ob Nefiast nicht so viel machen kann. Oh Botza, ob das gut geht. Nefiast? Das wär richtig gut. Nefi, schieß. Nefi, die Tech-Griff-Befehl, schieß. Okay. Ich komme hier raus. Ohhhh. Nefi, was von der den random gedroppt hat. Hallo? Das ist richtig reiß. Vorsicht! 2, 2, 3, 2, 1. Ich schieß doch auf niemanden. Wieso schießt du auf mich? Du hast auf Koma angeschossen. Vorsicht! Komm da! Wieso schießt du auf... Choro tötet ihr alle, Leute. Goro! Goro! Weil Goro Shigo erschossen hat! Da ist die Leiche! Goro Shigo erschossen. Ich bin auf! Bin ich bescheuert? Bin ich bescheuert oder was? Nein! Ja, was ist? Nein! Es ist Goro! Es ist Goro! Goro save call, Leute! Doch! Goro save! Nefi ist der Einzige, der hier einen random kill gemacht hat. Der kann es gar nicht. Da, da, da! 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 Die Runde geht wieder weiter! Ey! Warte! Auf einmal geht die Zeit wieder weiter! Das wär geil, ey! Aber nicht zu Ende! Eiskalt! Ich dachte erst, nefi ist es, ey! Habt ihr einfach meinen Scheuner von mir in den Kill? Das fand ich nicht so witzig. Ich auch nicht. Bisschen lustig so. Aber nicht. Dafür muss Potzer jetzt sterben. Oh Gott! Tut mir leid. Du hast einen ganz schönen nervösen Finger, ne? Ja, allerdings! Weißt du, es tut einem immer mehr leid, wenn die Person dann wirklich Traitor war und ist random. Echt? Ich finde, das tut einem immer leid. Ne! Inno geht noch! Weißt du, warum Inno noch geht? Weil die Runden gehen immer manchmal 10 Minuten und man könnte ja denken, du bist Traitor. Nefi, pass auf! So, das kann er ja wieder vergessen haben. Boah! Nefi, geh weg! Weißt du, Grenz? Nicht, dass wir uns jetzt gegenseitig random killen oder so, ne? Wow! Das wäre richtig dreist. Das wäre krass, weil dann ein Unfall passiert. Dann ist schon bestimmt irgendwer gestorben deswegen. Ja, Shigo vielleicht oder so. Poison! Tadu und, äh... Ach! Grenz sind es. Darf man hier nicht mal ein bisschen Spaß machen? Also, alle leben noch und er erzählt so eine Kranke. Ja, nix confirmed! Du hast Shigo noch nicht mal gefunden mit Tadu. Das ist wirklich random. Wenn überhaupt confirmed Nefi ist sowas wie in dem Schwimmbad damals. Ja, genau. Oh shit, Dada ist es genau hinter mir. Da confirmed der einfach. Ist Shigo wirklich tot? Ich baller euch ab. Hat einer Goro gesehen? Nein, 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 nein. Oh Gott, da. Scheiße! Wer ist es? Was da, was da? Oh nein, die Sterben! Woa! Was da? Oh mein Gott! Ihr seid alles Gamer! Raus aus dem... Wer war das? Ja, du isst sowas von... Scheiße! Hey, hey, hey! Lass mal einen Kollegen! Hey, gut gemacht! Cool gemacht! Komm hier rein! Wir sind hier ein bisschen safe! Was? Da sind sie oder was? Nein, hier bist du aber safe! Ja, mach mal auf! Oh, hier ist überall Wasser! Oh, da kommt! Mach zu, mach zu! Oh, okay! Oh, 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 oh! Ey, geschlossene Gesellschaft! Warte, hier ist noch eine Falle! Hier sind noch Fallen, den machen wir! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ah, hast du ihn gemacht! Glaub, ne viel! Time for the Goro-Buy-Special! So, richtig gute Idee von Dalu mach ich jetzt auch! Ich bin nahe… Vielleicht ja… Leute! Was mach ich mit der Faust? Was mach ich mit der Faust? Okay, ich habe gelogen! Ich hab nur gesehen, dass der Knöpfe sind und hab den gekloppt. Dadurch hat nen nervösen Finger, kennst du ja, ist ja so'n random Bubi. Weißt du, dann stehst du unten im Keller, auf einmal steigt das Wasser und legst du stirbst da drin jetzt, aber dann konntest du rausschwimmen und alles. Tja Nephi, dafür kann ich dich jetzt one shot in den Rücken. Ist aber auch ne coole Finger, wenn man so denkt. Die Map ist ganz nice. Das würde Shigo ja sonst sehen. Shigo, du hast nichts gesehen, okay? Okay. Oh Gott! Okay, Shigo sieht nicht so süß die Technik, das ist geil. Habe ihn! Ah Tau-Tau, hast du grad auf mich geschossen? Nee, das war Tau-Tau. Was? Ich bin nicht mal in der Nähe. Das war Armbung da runter. Sie guckt nochmal so rein. Ich wollte nur noch mal sicher gehen. Alter, was ist denn hier los ey? Geht dich gar nix an. Ich wusste, dass du da drin bist, dadurch, weil mein Radar hat's dir mir gezeigt. Hier ist Tau-Tau wieder, was ist da mit der Hölle? Der wer schießt, ich würde da. Oh, ne shot ganz schön. Goro? Ja? Safe Call auf Kundran. Ja. Dritte Manfolge-Random. Wo ist Nefi? Ich bin hier unten. Warum? Du bist doch immer für ein random Kill zu haben. Hau mal ein. Goro bei Special steht oben. Nefi hier, schieß auf Kundran. Wasser, Wasser, Wasser! Da ist es Kundran! Oh, das Goro bei Special! Schieß doch! Ey, Goro ist es dann auch. Steht doch oben! Goro bei Special! Was ist denn hier so schlimm? Ich schwimm einfach. Ja, aber wenn du unten im Keller bist, schiebe Goro daran, weil ich... Ja! Was? Chigo, was sagst du? Ähhhhhhh Chigo entscheidende Besser... Ich sage 67 Prozent, Goro. Was sollte das? Du bist es nicht, oder? Ja. Das wär mega... komisch. War 70 Prozent schnitt. Hä? Dadurch, was war los? Ja, ich hab Dadurch gekillt. Du schwimmst immer noch! Oh mein Gott, Heilige Hand kann dann das wirklich ein weg von dem Auto! Oh mein Gott! Oh, da kommen die Soldaten raus! Oh, die heilige Handgranate! War Dada schon Doro oder was? Dora hat sie selbst gekillt oder was? Nein, die heilige kam von Dario, die hat er von mir. Doro, was war los? Ich hab sogar gerufen! Heilige Handgranate! Wahrscheinlich dachte er halt, kann ja nicht sein, weil er selber ist. Und er stellt sich auch noch genau drauf! Kann ja nicht sein, Nein, Dadoch hat ja nichts gesagt. Ja, muss man jetzt in jede Seite? Nein, nein, nein. Wenn Dadoch sagt Heiligen, das ist vielleicht eine Disco oder eine Brand, wenn es hochkommt. Das war auch immer ganz weird irgendwie, dass ich geschossen hab. Ich wollte gar nicht schießen. Das war auch echt strange, weil töten hättest ja ein One-Shot sein müssen. Ich wär ja schon fast Mech. Nee, das war irgendwie ganz komisch. Ja, ich wurde angeschossen, dachte erst, irgendeiner hat mich random angeschossen und dann sitzt er so einen Meter hinter mir. So, nee, oder? Das kann er nicht. Hat er nicht gemacht, ey. Darauf erstmal eine Plasma an Nefis Rücken. Oh nein! Man gönnt sich ja sonst. Jetzt würde ich gerne in seiner Aufnahme sehen, ob er sich umgedreht. Und dann hätte er die Plasma im Gesicht gehabt. Hab ich echt, ey. Dann geht's wenigstens schnell. Oh shit. Aber Plasma hat, äh... Aber Plasma hat, äh... Alte Botzer-Typen. Oh, ey, warte. Ich hab dich nicht mal getroffen, ey. Du wolltest mich aber treffen. Ey. Dadurch ist es. Dadurch ist es. Dadurch ist es. Ah! Warte mal. Wer war das hier? Äh, Kundran war bei mir. Oh! Vorsicht, mein Freund! Was hab ich? Wo war dahin? Alter, seid ihr bescheuert? Ist hier denn ins Auge gehen können? Wer? Au! Scheiße! Was ist passiert jetzt da oben? Gute Ahnung. Frage ist, was ist nicht passiert jetzt? Was ist nicht passiert? Hallo, Bots! Shigo hat grad eingekauft. Ich? Wurde doch angeschossen, du Arschloch! Hallo! 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 Schau, seine Kackblume! Hey, die hat Dalu bestellt. Ach, als ob. Hier ist jemand gestopft! Alter, was ist denn hier los? Haben wir hier Detective Strater unterwegs? Was ist los mit dir, Kundran? Es ist, es ist Schigo. Ne, warte mal. Nein! Was? Oh mein Gott, ey, es ist unversprechend. Unfähig. Hallo! Miffi ist es. Warum bin ich es? Ich weiß nicht, wer war denn das hier gerade? Haha! Wer ist denn hier vorbeigelaufen? Miffi oder Dardosch? Ja, ähm. Tautau! 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 Miffi? Ich hab auf Tautau geschossen. Nein, Tautau! Ja, genau! Auf Tautau! Tautau hat ein Deadwanger! Tautau hat ein Deadwanger! Tautau hat ein Deadwanger! Es ist Nephi auch, Leute. Er hat mich angesagt. Oh, das war Nephi. Er ist schon wieder ein Deadwanger? Ja, Nephi ist es. Hä? Hä? Aber warum ist es denn Nephi? Warum bin ich es? Warum bin ich es? Ich verstehe es gerade nicht. Warum soll ich es sein? Weiß ich nicht. Okay, DNA. Dann glaube ich dir. Ja. Und der andere dann Tautau oder was? Ja, ja. Tautau ist auf jeden Fall einer. Ja, dann gibt es nur zwei. Warte mal. Gehau! Ach, fuck. Diese Handfarbe. Jetzt bin ich verwirrt. Ich will nicht reden, wenn du tut. Es ist jetzt Tautau oder Darlucat? Darlucat. Tautau ist es. Schieß auf jeden Fall auf Tautau, wenn du ihn siehst. Klar. Tautau ist klar, ja. Okay. Irgendwas passiert mit mir. Lass das sein! Nein! Tja, dann... Was soll ich denn machen? Wo ist du denn vor der Scheiße? Ich rufe mich gruselig damit. Bitte nicht angucken und dann auch nicht zukrabbeln. Das ist so gruselig. Außen, oder? Außen! 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 Vom Darlucat guckt die Sniper sich so an mit dem Siebel hier und sie dreht sich so um und guckt ihnen so in die Augen und das war so voll gruselig. Wie ist Shiko denn jetzt gestorben? In die Gefrierkammer, glaube ich, oder? Ach, da ist... Kann man hier drin eine Gefrierkammer aktivieren? Ach so. Ich glaube schon, oder? Du hast einfach Schaden in den Raum bekommen, oder? Ja, ja. Ja. Ah, das war eine schöne Runde. Was war das jetzt eben? Hattest du vorher schon die äh... Ich war als Tautau unterwegs und hab einfach alle angeschossen. Ich hab am Anfang Tautau abgeschossen und versteckt. Und Danu ist dann mit in den Raum? Und mich hat's nie viel angesnipert. Ich hab dich eben gehen noch abgeschossen. Komm, go! Wir machen so eine Kettenreaktion. Bleib stehen bitte. Okay. Das hier muss er anschießen. Und jetzt geht's richtig ab. Aber Tautau. Sonst fliegen wir durch den ganzen Raum. Diesmal bin ich vertrauenswürdig wirklich. Vorsicht! Geh raus! Besser! Hier! Sind da auch noch welche? Oh, das klang nicht gut. Jungs, erstmal was anderes! Wie? Da hat auch einer was geworfen, oder? All of the world. Hörte sich an wie eine Bananagun. Bananagun? Ist sie neu? Die ist neu. Wir kommen da aus dem Gang hier. Wieso Bananen schießen kann. Dadoschka kommt von zu Hause. Der Melon-Launcher. Nur, dass die Banane dann explodiert. Dadosch hat mit 6 Damage gemacht. Kunran, die guten Sachen sind ganz unten. Wir wurden angesperrt, Dadosch! Nein, das kannst du normal aufmachen! Das Wasser steigt! Der labert! Also Nephias ist es. Kunran! Du sperrst mich hier ein! Kunran oder Goro, safe call. Der denn noch lebt. Denk dran, dieser Raum ist gefährlich. Goro lebt doch, also Goro ist es. Da ist er! Nein, da ist es Nephias! Nein! Bitte! Was ist da passiert? Sorry, aber ich muss immer mal sicher gehen. Okay, es tut mir leid, Goro. Aber ich konnte nichts riskieren. Woah, 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 woah! Weg da, weg da, weg da! Was zum Teufel ist das? Was ist das? Geh weg! Was ist das? Geh mal weg, du blöde Leib! Holy shit! Da Fug! Was ist das denn!? Was macht ihr denn da? Dicke machen mich nervös. Wie viele Leute leben denn jetzt noch? Äh, hey? Ich bin ein bisschen verwirrt. Da ist ein blauer Kreis drum. Oh, da, da! Hey, warte mal, du brauchst das doch gar nicht. Nein, 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 Moment, 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 Moment. Tautau, ist nicht der echte Tautau. Ach so, okay. Er ist nach unten gegangen, da! Wo ist er denn? Ähm, im unterm Stock. Also da unten rein, unter. Oh, ja, ja. Wie so komische Bällchen. Inno ist so hammeröde, du hast keine Items, nichts. Du hackst doch, Alter. Jetzt war ich vermutlich. Jetzt hat doch keiner zurückgeschossen. Eben, ich wollt grad sagen, ich hab ja nie zurückgeschossen. Ich hab doch keiner geschossen. Ich dachte, ich hatte immer noch im Kopf, dass du Traitor bist, Goroa. Aber das wird gut bekommen. Goroa hat doch gut bekommen. Ja, das hat ich nicht überkommen. Das war alles Ziel. Ne, keine Ahnung. Die hatten die Bälle losgelassen, du, Grants. Ja, und dann hat er da wohl abgeschossen. Was sagst du, TauTau? Hast du die Bälle losgelassen? Ja, ja. Was sind das? Was machen die? Die rollen dich an und kriegst Schaden davon. Das sind die Hunde. Das sind die Schildkröten, die rollen an. Die Schildkröten sind aber geiler, die drehen sich nämlich erst zu dem. Ja, die drehen sich creepy um. Guck dich erst an. Hallo. Was willst du hier? Achtung! Das geht doch noch nicht, Chico. Ja, dann stell ich mal da hin. Pass auf, da rollen fest da runter. Ja, 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 ja. Ey, 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 ey. Achtung! Nefi ist es! Aua! Ich häng an dem Stuhl fest da. Ja, hab ich. Das Fass kam hier hoch geflogen. Da kann ich ja nix für! Ah, Wasser, 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 Wasser! Was war das denn? Oh, Gott, das ist Tau, Tau, Lauf! Was? Oh Gott, ich bin hier hoch. Oh Gott, wo soll ich hin? Alter, ich bin hier unten. Du machen! Durch, Spetsch! Hey, rein ins Wasser mit euch. Alle stehen so vor der Garage. Kommt schwimmen, ist das Schwimmbad. Was hast du da wieder in der Hand, Goro? Spring, Nephi. Goro läuft einfach. Ey, Goro hat den Goro geschwommen. Tauch jetzt. Der Mann hier auf dem Wasser rein. Der säuft doch ab. So. Goro, komm hier wieder her. Oh, kackt Stuhl. Hier rauf. Nephi, das hat gerade eingekauft. Wie immer bei dir, wenn du mich siehst. Oh shit, ey. Was war das? Schubf mich dann, schubf mich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss erstmal da wieder hochkommen. Okay, los. Ja, in die falsche Richtung. Los, zieh mich hoch. Springen. Das ist deine Falle. Nephi, das Schub. Konfirm. Nephi, das Schub. Du ignorierst den Stuhl. Nephi, das ist auch bei mir. Ich hab' den Geheimdiener gefunden, Goro. Nephi, das Schub. Nephi, das Schub. Time for the Gorby Special. Was ist das jetzt? Das Goro Special, Goro ist es. Lauf, da ist abgeschlossen. Die haben uns hier mit dem Ball eingesperrt. Lauf, Goro. Wo? Wieso bin ich jetzt da, du? Hä? Da oben stand Goro Special. Ja. Da oben stand, dass du den Traitor Gang erfüllst. Na und? Das Wasser hast du da weg. Wird ja wohl noch mal erlaubt sein. Wollen wir wieder fluten? Da! Toto! Toto! Dann ist es Goro. Toto ist tot. Nephi is safe. Gott. Nephi is safe. Warte mal, Nephi is safe. Lebt Shigo noch? Ich lebe noch hier. Ja, sie lebt noch. Ah ok, dann sind das zu viele. Nephi? Gorobei oder Botster? Da vorne ist noch ein Toter, Leute. Gorobei oder Botster? Ja, warte. Ne, warte. Wer ist denn tot von uns? Es können noch Shigo, Goro oder ich sein. Ja. Und ich bin Enno. Ich bin auch Enno. Also es ist Botster. Nein. Jetzt haben sie mich enturnt. Tja. Was wird er jetzt tun? Der Botster. Was wird er tun? Was wirst du tun? Was wirst du tun? Oh Gott. Ich glaube es ist Goro, weil der hat sich von der Gruppe entfernt. Da ist er. Ding, 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 ding. Die Wünschenrute sagt, dass du's bist. Die Wünschenrute. Ist es, ist es Grant? Die Wünschenrute. Die Wünschenrute. Die Wünschenrute. Ey, Goro will mich töten. Ohhhh. Tricks, Tricks. Ohhhh. Er hat an. Ich bin auch mit meinem Jetpack hier rauf geflogen, Leute. Guckt mal, ich bin mit meinem Jetpack hier her geflogen. Was ist das? Schick auf den Traitor. Ahhhh. Jetpack. Du Arsch. Das ist meine. Das ist Diebstahl. Du hast ja hingelegt. Jetpacki, Pegi. Du musst auf den Boden zielen. Sonst bringt die nichts. Ist mir schon egal. Nachher bring ich mich damit um. Anziehen dich. Ach ja, ich bestimmt. Ja, geht nicht. Ja, ihr habt den Friendship Beam. Ich hab's gesehen. Das war nicht das, was du. Nein. Auf mich selbst, oder was? Ich bin doch nicht doof. Ahhhh. Komm schon her auf der Laterne rum. Okay. Das ist die Bestätigung. Nefi ist safe. Ich mach Goro, Leute. Nefi war doch schon die ganze Zeit safe, oder? Ja. Du Sausack hast den Dead Ringer aktiv. Du, nein. Der kann es mir nicht, dein Parfüm hat dich verraten. Oh Mann, ey. Mann, ihr steht so perfekt zusammen. Und wie die Taube fliegt, spätet ihr euch auf. Tau Tau oder alte Taubenzug. Ja. Tau Tau B nennt man ihn. Tau Tau. Tau Tau B. Tau Tau B. Tau Tau B. Das ist eigentlich ein guter Ausruf, wenn er ne Taube hat, ey. Was? Tau Tau. Tau Tau B. Aha. Tau Tau B. Tau Tau B. Tau 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 T Ich bin auf nem Klo. Ey, ey, bitte gehen sie weiter, Tautausch. Ey, wer schießt denn hier? Tautausch. Halt die Klappe. Ja, weil du auf mich geschossen hast. Meine Waffe ist komplett voll. Komm doch, komm doch. Ja, Alter, du hast drei Schüsse auf mir abgebunden. OOOH! Nein! Es war... Kundran! Ey, Kundran hat hier wen gekillt. Nefi! Unser war... War das nicht? Ey, Nefi, confirmt hier nicht. Ja, ja. Macht Nefi. Macht Nefi fertig. Wollt er? Weiß ich nicht, er ist irgendwo oben. Brennt das Rest nicht? Ah! Shit, blutet. Dadurch gehen nicht zurück, die Trader von der Barschivir. Ich weiß. Hab ich gesehen. Ah! Der Olo ist tot. Hier, Nefi. Oh my god, er ist noch ein Deathbringer. Ja. Ja. Hey, warte mal. Dadurch, dann muss es Shigo sein, oder? Hast du zwei Points? Ja, ich weiß... Warte mal. Ich hab kein Radar. Kann jemand confirm? Ich weiß aber, wo sie ist. Ja, ich auch. Ja. Wie ist es? Und... so boing. Und dann hat... einer hat das fast geschossen. Ja, ich hab dann den ganzen Spaß. Ah, scheiß Stühle. Mein Gott, was ist denn hier los? Nefi, ist nicht so viel Spaß. Ne. Ne Spaßgrenze. Kein Spaß. Jetzt knall ich ihn noch ab. Machst du die Tür zu, Goro? Ja. Okay. Ja, geh da rein. Hier, mach die Tür hinter dir zu. Komm. Das ist doch keine schlechte Runde für mich. Jetzt. Okay. Egal, was wir werden, oder was? Nein. Ohohohoho. Ist ja kein Nils, ne? Ah! Da ist er tot. Ja, ja. Hier. 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 Goro hat Shigo umgebracht. Nee, das ist falsch. Er hat an mir vorbeigeschossen und hat dann durch die... Doch! Das ist falsch. Nein, das war ja wirklich nicht. Das war ja wirklich nicht. Das war ja wirklich. Ich hab neben mir getötet. Hier ist noch ein Toder. Nein, nicht. Ich hab doch mit draufgeschossen von hier. Vom Cafe. Hier ist noch ein Toder. Was ist denn hier los? Ey, das ist echt gemein, Adash. Nein, nein. What the fuck? Das war ja los. Die Fässer. Oh Gott. Ich bin so ruhig in meinen Gang. Na, wo war das? Das war übrigens der Räuber. Aber es war geil. So drei, zwei Einzelnen fällt da so eine Leiche durch die Tür. Ich dachte kurz. Ich dachte kurz und dann dachtest, dass ich es wäre. Nee, ihr habt es ja gesehen. Aber ich weiß, dass du es trotzdem bist. Der andere halt. Was ist mit Dadosch? Ich hab auf Dings geschossen auf mich. Auch wenn das wäre, der ist zu schlecht. Vor allem hat er mich nicht gemacht. Ja. Aber es ist nur, weil es nicht hätte gekonnt. Für dich hat es schon gereicht. Oho. Oho, er ist doch der andere. Klar. Aber ihr müsstet ja meinen Kollegen direkt killen. Bzw. Ähm. Deine Waffe hat durch die Tür geguckt. Oho. Hat sie wirklich. Ich hab's auch gesehen. Ich hab ja wohl genug mitgenommen. Oh Gott. Hacks. Was? Als ich die Tür aufgemacht hab, hat er hier durchgeguckt. Ja. Das ist Neils und Neils. Mir fehlt das jetzt an heute so n bisschen irgendwie. Was ist eigentlich mit Nils und Annes? Ist er durchfallen? Hat er geschrieben. Es ist heute hier so ein großes Dream-Party. Hat er geschrieben in die Kanzlei? Stimmt, ich hab grad geguckt. Hat er wirklich, ich hab grad mitbeguckt. Ach du Heiliger. Ich wünsch euch morgen auch Durchfall. Weißt du, der arme Deal? Schon vorgeschoppt, ja? Haha, wir kommen nie wieder raus, nie wieder raus, nie wieder raus. Ey, bleib! Ey, Dadosch! Was denn? Du hast doch Dings getötetet. Hast du mich? Hast du mich? Lol, Dadosch, geil. Ich hab's nicht gesaved, alles gut. Geh weg, geh weg, Goro. Geh weg, Goro! Goro, verpest dich, hab ich gesagt. Goro? Ich schieß auch noch ein Eno ab, ne? Goro, lass die Leiche. In dem Truck ist einer drin, da ist eine Waffe, da hat eine Waffe rausgeguckt. Nein, da stehen doch die Soldaten drin. Nein! Nein, aber warum gucken die denn raus? Da, guck! Weil die da drin stehen. Hier, haben wir einen umgebracht. Da steht doch die Soldaten. Was ist da oben los? Hallo? Sorry, Grenz. Was? Irgendwie dachte ich, du hast gerade jemanden getötet und bist immer direkt anders gekauft. Ja, Grenz hat mich getötet. Aber Grenz will mich jetzt töten, glaube ich. Warte mal. Wo bist du hin? Kundran war Twitter. Kundran ist tot. Kundran ist tot. Ich hab ihn getötet. WTF? Explosionsschaden. Hä? Was? An der Explosion besch... Achso, ich hab Fusion verstanden. Ich will deine Hose ab. FUSION! Oh, viel geschlagen aus. Ah, okay. Raus! Raus! Goro kann es noch sein. Nee, es ist Nephi. Doch, weil keiner nur bis jetzt tot ist. Doch, ich glaube es ist auch Goro. Es ist Nephi, das hat Grenz gesagt. Es muss Goro sein. Grenz hat geschrieben, es ist Nephi. Ich hab's auch gesehen, das ist N. Okay. Also entspannen. Nee, wir verstehen... Und wir sind jetzt alle hier, also ziemlich nieder. Ja, der ist im Traitor Room. Nein. Traitor Room. Geht entfernt vielleicht von der Küche, der kann dann explodieren. Ja, wenn er Grenz hat, hat er wahrscheinlich nicht geschafft. Die Hunde los! Lass 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 die Hunde los! Da brennt einer! Im Traitor Room! Ganz links in der Ecke ist er! Ja! Er ist im Traitor Room drin, Leute! Nicht in ihn! Wo weißt du das? Wo weißt du das? Weil seine Waffe durch die Wand guckt. Manchmal. Weil er den Knopf drücken will. Geh da weg, du Idiot! Er hat keine Credits, Mann. Okay. Er ist hier unten. Ist er nur im Traitor Raum? Nein, 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 nein. Da ist einer im Traitor Raum gewesen. Ja, er hat sich da raus... Ja, er hat sich da raus... Okay, er ist unten. Ich hab ihn! Ey, was hat das denn Tau Tau? Warst du wirklich im Traitor Room und hast gebrannt? Ja, ich hab ihn im Traitor Raum und hab auf Nefi da gewarnt. Auf einmal geh ich raus und Tau Tau knallt mich ab, ey. Also, bist du... Wo bist du, wie schockst du so hin? Nefi, hast du gebrannt? Ich wurde irgendwie in der Küche wiederbelebt und dann konnte ich auf einmal in den Traitor Raum rein. Oh mein Gott. Chigo war gut, Chigos Kopf hat durch die Tür geguckt. Ich so, okay. Haaaah! Gar nix Witz! Grundran, du bist aber nicht an den Fässern gestorben, oder? Doch! Ich weiß zwar nicht wie, weil es ist keins zu mir geflogen, aber... Ich... ja... Keine Ahnung, ob eins rüber geflogen ist. Ich schieß immer auf die Fässer, wenn die Runde losgeht. Oder sind die durch den Raum geflogen? Neuerdings ist Dardo jetzt Mr. Randall. Mr. Randall. Mr. Maximale Punktzahl, ne? Ja, ja, ja. Irgendwas mach ich ja doch noch richtig nebenbei. Ja, und... ンチャer. Ich bin Detective Guru! Goro! Das ist falsch! Ich war hier bei Dardorch! Nein, er ist mir grad entgegen gekommen. Er hätte das noch schaffen können. Wie schnell soll ich denn sein? Man nannte ihn Usain. Usain Bowles. Usain-Goro. Vor allem stehende... Alter Tauto ist es! Ich hör den Platz vor! Oho! Hab ihn, hab ihn aber ich kann ihn noch nicht confirm. War ein Messer gerade. Halt, Stopp! Wer kommt da hinten, Dardorch, Vorsichtig! Der Traitor gibt�se. Pass auf, da explodiert zu gehen, ne? Ne, hier! Hier ist der Traitorraum, mein Freund. Wäre doch schade, wenn ein Unfall passiert dadurch, oder? Aua! Du hast mich doch nicht mal getroffen. Achso. Das ist nicht nett. Ist da noch was drin? Ich glaube, nö. Ich glaube, ich langsam auch. Ich werde hier vergewaltigt, Leute! Plasma! Äh, Lügenpresse! Was? Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse. Wer war das? Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse! Nein, ich habe meine Plasma noch. Ich habe meine Plasma noch! Ich auch. Nice. Nice. Ist wahr da, boy. Helfare! Also ich bin eh safe. Eua, ich bin nurifica Ne, ich bin immer sicher! Ah, damit du die Sword auf abgebst. Ja, toll! Ich hab Kunde haben gefunden! Da hab ich den Detektor... Ne... AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH AAAAAAAAHHHHHHHHH WOLKst du am Schiegel... AAAAAAHHHHHHHHH Ich hab das BIT genommen, ihr Schweine! Zündet Tauta einfach den Melon Launcher... AAAAAHHHHHHHHH Letzte Runde, la... Du warst du zu Shigo oder aus Versehen, Grant? Aber ich hab die Plasma zurückgeworfen. Ja, ich hab sie auch geworfen. Ja, du hattest mir eine Plasma geöffnet und ich dir. Ja, und dann sind alle hochgegangen. Ich dachte, du wolltest sie mir anhängen. Das war ganz schön gemein. Ich wollte sie dir anhängen, aber sie ist vorbeigeflogen. Dann hat sie Shigo getroffen. Wer ist da oben? Ja. Drei, zwei, eins und... Feuerwerk! Dadusch ist... Dadusch, ey. Dadusch ist immer... Hallo, was ist los? Vorsicht, Vorsicht, geh weg! Oh Gott, was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Ich glaub, Shigo ist inno, sonst hätte sie nicht so krass gespielt. Wie du hier durch die Gegend sneaks mit deinem Fäusten, ey. Ich will Leute hauen. Da, Shigo hat jemanden gekillt. Das ist ein Fässer? Alter, noch... Ah, das Fass hat mich vorhin gekillt, glaube ich. Warum bist du so hart verletzt? Ich wurde von den explosiven Fässern getroffen. Das war Shigo dann. Das war Shigo. Aber dadurch, dass Shigo tot ist, glaube ich, dass es Dalu ist. Was? Wer hat sie umgebracht? Wer hat sie... Das ist ja krass, ey. Also... Sie sagt... Also die Leiche sagt... Was? Die spricht noch die Leiche, das ist krass. Ich oder was? Ich bin hinter dir, Goro, wenn du das meinst. Okay, das ist übergestorben. Uu, ich sehe ihn. Ich habe ihn umgelegt. Ja, ich habe ihn umgelegt. Ihr brennt's um. Ja, deswegen kann ich leider die Leiche nicht... Glaubt, von dran ist das auch nicht viel. Der macht die ganze Zeit nämlich den guten alten Nightshade. Nightshade? Was ist denn denn Nightshade? Ja, da bist du noch nicht lange genug für dabei. Das ist richtig. Und Nightshade war auch noch nicht dabei, als du dabei warst. Und der war innen? Ne, auch das ist richtig. Natürlich. Ist natürlich unpassend jetzt. Einmal bitte die Tür zu machen, Tautau. Das liegt zu ziehen. Das tut mir leid, Anu. Das tut's gar nicht. Da war gar keine Reihe in deiner Stimme. Das tut mir leid! Ey! Dadosch! Dadosch! Nein. Doch, das war Dadosch. Dadosch? Das ist ne Lüge. Dann mach ihn fertig. Auch das ist ne Lüge. Raus aus meiner Küche. Hier ist Dadosch. Ey! Er hat auf mich auch direkt geschossen. Robara, Robara. Kondran! Oh, ich glaube er hat sich selbst gesprengt. Kondran hat den Melan Launcher. Hab ihn. Oh! Du Monster. Da. Uuuu. Da seh ich noch das gefliegelte Ungetüm. Bis nächste Mal, Leute. Bis dann! Ich habe die Tauplätze.